Musik Im ersten Bezirk im Börseviertel ließ man sich eine Kunstausstellung der besonderen Art einfallen, und zwar Street Art Kunst am Zaun. Die eintägige Open Space Galerie dient als Begegnungszone von Künstlern, Mäzenen, Familie und Kinder im Börseviertel. Musik Vorbilder aus London und New York haben den Verein Börseviertel zur Veranstaltung einer Open Space Galerie im öffentlichen Raum in Wien inspiriert. Ziel ist es die Belebung des Börseviertels und eine Begegnungszone von Kunst und Öffentlichkeit zu schaffen. Neben den über 75 Teilnehmern, die ihre Werke selbst präsentierten und die Kunst auf die Zäune hängten, wurden auch die Kinder künstlerisch-pädagogisch betreut. Musik Die Teilnahme war für die Künstler kostenlos, allerdings wurden die Teilnehmer kuradiert und sorgsam ausgewählt, womit auch ein interessanter Mix an anspruchsvollen Bildern, Skulpturen, Fotografien und Designerstücken gewährleistet war. Musik Musik Als Resümee kann man sagen, eine gelungene, anspruchsvolle Veranstaltung unter freiem Himmel. Musik 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 Musik